Jetzt stößt das süßen sein. Hä? Lass den Loot jetzt hier drinnen. Oder ne, den Brote zumindest. Wie gesagt, wahrscheinlich war da dann noch eine Portal Gun drin. Hier. Dann hat er die genommen, hat er die im Portal gemacht und ist abgehauen. Das war glaube ich auch, wo er gesagt hat, mit seiner Portal Gun, wo der da runtergefallen ist. Ja. Sollen wir noch irgendwo hingehen? Ne. Wir müssen die Sachen zurückholen nach hinten. Welche Sachen? Ja, die ich da gelassen habe. Okay, wo ist das denn? Komm mit. Das ist zum Kotzen, die schnell looten. Äh. Man, wie gesagt, die Termins spawnen zu viel. Ich spawne nicht zu viel. Doch. Das ist ja scheißegal. Find ich schon ein bisschen extrem. Ich nehme den Schokobo auch mit. Kann ich da wenigstens auch noch was rein tun. Wo soll ich den denn her nehmen? Ne, ich nehme mit. Hab ich gesagt. Ja, dann nimm mit. Komm mit. Hinten da, wo die Pyramide steht, ist das in der Nähe. Ach so. Wenn das Schokobo läuft, du sitzt in der Luft, dann sitzt du wieder auf dem Schokobo. Das Schokobo läuft vor. Hörbar halt, ne? Ja. Aber nicht so schnell. Ich seh dich gleich da oben noch. Ich muss ja erstmal hoch springen. Alles klar. Zerro. Er nimmt erstmal Zerro mit hier. Ja, was eigentlich meiner war. Toll. Meine 51 Level oder so, die ich hatte. Jetzt habe ich nur noch 28. Ja, ich habe nur noch 7. Danke, Flash. Bitte sehr. Hier, alles voller Truhen noch. Alter. Oh, hier ist ein Eis-Meteere eingeklatscht. Sag ich doch. Ja, das habe ich ja schon mitgenommen. Ja, den Sand, der ist ja egal. Ja, warte, wenn du die Kisten auslähre ich hinten die Kisten aus. Also so Steine oder so, die können eigentlich hier bleiben, ey. Boah. Ich sag doch. Alter Schwede. Ich hab gute Sachen gehabt. Du kannst schon... Kann Zerro nichts tragen? Doch. Ich mach schon. Ich mach schon. Warte mal. Die ganzen Bögen, die halben... Die können wir erstmal voll machen. Die können wir erstmal zusammen craften. Macht euch. Schmeiß mal alles rein. Oh. Zerro, Alter. Aber ich nehme auf jeden Fall auch Truhen mit. Intel Error. Hab ich auch gehabt. Ja, weil ich Sachen im Winter... Ja. Wieso habe ich denn jetzt, ähm... Noch ein... Ähm... Giant Sword? Ja, weil du meins hast, weil du... Boah, Zerro Nerv nicht. Was hab ich deins? Ja, weil ich Intel einen Error hatte. So, warte. Ja, warte. Tue ich die da rein. Ja. Boah, was ist denn hier noch wichtig? Warte mal erst die ganzen Ärzte und sowas mitnehmen. Hier, die... Die können weg bleiben. Alles mitnehmen. Ja, boah. Kann er später irgendwie vernichten. Da kann man dann immer alles mit. Da war nix drin. Die Truhen auf jeden Fall. Ähm, wir hatten hier irgendwo noch ne Spitzhacke. Ne, ich hab ne Axt. Ne Axt, mein ich. Ne, ich würd zumindest hier, weißt du, die Truhen hier vorlassen. Dann müssen wir wissen, dass wir hier schon mal drin waren. Das weiß ich auch so. Accapissimo. Tschüss. Boah, wie was um die abgeht, ey. Ich weiß. Ich seh's ja selber. Du trinkst doch ja alles mit nach Hause. Ich weiß, und? Wir können ganz viel Glas erstellen. Ja, aber das ist ja alles fast nur... Ja, Glas brauchen wir für Pipes. Ach ja, oh. Ja, aber... Ich weiß gar nicht, ob die kompatibel mit Tinker Tabis Construction sind. Hä? Du kann... Das geht jetzt. Du kannst jetzt die Pipes... Auch aus dem Blatt machen. An die Barrels anschließen auch. Ja, ich weiß. Da muss... Ich hab da immer, ähm... Hab ich ja im Direwolf ja auch bei mir. Hab ich aber diese komischen, ähm... Insation Pipes dran. Okay. So, erstmal absteigen. Du kannst doch auch machen, dass der Schokopo dir wieder folgt, ne? Ja, follow. Dann kann allerdings immer nicht mit reinkommen. Okay, er hat sich wieder geportet. Hast du ein Buch? Was? Okopedia. Mhm. Bei dir? Kann sein. Warum? Ist das hier erledigt? Nein! Was ist der? Kann sein. Warum? Ist das hier erledigt? Jetzt ist er draußen. Jetzt ist er draußen. Ist wieder drinnen. Draußen. Hallo. Hier vorne. Hier vorne. Guck den Endertod nicht ins Auge, ne? Ach. Gut. Ja. Gut. Irgendwas fliegt sich oben hier rum. Komm rein bitte. Warum kann ich da nichts mitmachen? Ich habe gar kein Chokopedia in der Hand. Ja, warte. Hier unten in der Truhe. Ja, und kannst du das selber machen oder nicht? Nein, kann ich nicht. Warum das denn nicht? Weil das Ziel gehört. Ja. Kommt davon, wenn man das mir gibt. Sonst gibt es mir doch wieder. Das ist egal. Ach, Chokopedia. Warum sind wir denn da? Immer wollte Zerro klauen. Komm, hab mich lieb. Komm mit. Ach, ist das behindert, ey. Guck mal her. Ja. Rename. Hier. Ach, nicht. Zerro. Ich accept. Vier Clown. Change Owner. Äh. Accept. Accept. Meiner? Ja. Meiner. Geht mir sonst auf den Sack. Muss ich das nochmal wegmachen. Lecko mio, ich nehm den Bogen. Die Bags verschwinden ja, wenn man die hier hat, ne? Ja. Ja, ja. So, Knochen, Knochen, Knochen. Wir brauchen wieder Kartoschkis. Uuuuh, Knochen. Ja, ich muss hier nochmal eine Spitzhacke drin, ne? Kann sein. Hier oben in der ersten Kiste. Ja. Knochen. Haben wir da hinten noch was gehabt an Knochen? Ich glaub die Kiste. Meine Schaufel habe ich hier auch noch irgendwo drin gehabt. Ich glaub schon, die rastet aus, ey. Ja. Ja. Soll er doch. So. Äh. Ich mach mir ein paar Kartoschkis, ne? Musst du mal die Tiere schaufeln? Oh, wo haben wir noch Kartoffeln? Haben wir irgendwo rohe Kartoffeln? Such mal schnell. Äh. Äh. Haben wir jetzt alle verbrannt? Oh, nö. Krank mir den Diamanten, ne? Ja, Diamanten sind hier so viel massig, ne? So richtig Masse. Statt Masse. Nein. Nicht den Endertod angucken. Ach ja. Oh, ich hab nicht wieder Start gedrückt. Naja. Irgendwo wie eine Dierschaufel gehabt, aber die ist weg. Ja, irgendwo. Stimmt. So, einen wieder anpflanzen. Dann mach ich mal eben noch ein paar. Ach ja. Wollen wir dann gleich beenden? Ja, ne? Äh. Ich weiß nicht. Können wir auch vielleicht noch einen Tower machen, oder sowas? Nö. Ich will auch gleich beenden. Okay. Du willst gleich bestimmt in die Haier gehen, ne? Alter, ich muss das alles nur bearbeiten, ne? Ja, tröste dich. Wer nicht? Hm, du? Hehe. So. Ich bin soweit fertig jetzt. Nö. Ach. Warte mal, ich wollte noch was bauen. Bau noch. Ähm. Ein paar Kartoschkis. Meteor. Na ja, mach den noch. Timer. Meteor. So, das ist einfach zu bauen. Haben wir irgendwo noch welche, ja, ne? Ja, irgendwo. Ich glaube, oben in den Kisten sind auch welche. Und ich weiß, dass ich unten bei mir in der Mine welche drin hab. Ja. Aber die welche. Hattet ihr ja auch welche hingetan irgendwo. Ja, ganz oben. Da war ich ganz oben. In der Kiste von uns. Neun Stück. Sind auch drei hier. Ähm. Zack. 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 Das reicht sogar dafür. Ja, guck mal. Ähm. Was war ich denn noch? Ein Redstone. Alter, wie geil ist das? Einfach nur diese Kartoffelmaschine hier. Der Tommy Stanzer. Ist da überhaupt nicht betrieben, ne? Warum das denn? Wieso? Wir erweitern halt nur die Möglichkeiten. So. Und wie mach ich das denn jetzt mit dem Timer? Weiß ich nicht. Einfach hinsetzen oder so? Ist das ein Block? Ja. Ja. Vielleicht kommt da ein Signal oder so? Quick Mode mit... Meteor Timer. Freigepröbelt. Da-da-da-da. Keine Ahnung. Kannst du wieder nur Suppenenglisch, ne? Ja. Wundet schon immer nur. Kann ich hier einfach... Der ist voll leicht abzubundet. Den kann ich hier einfach mal irgendwo hinsetzen. Kann ich ja gar nicht. So, jetzt hab ich schon zwei Stacks. Kartoffeln fertig. Einfach oben auf Sparrow rauf. Du kannst da mal raufklicken. Ja. Ja. Power Mode. Okay, wir sind fertig. Ne, hier... Warum denn? Hä? Ach so, der hat nicht so viel Knochenmehl verbraucht. Okay. Da gibt's verschiedene Modes. Modis drin. Quick Mode. Ich glaub, ich muss da nämlich auch raufklicken. Äh, raufdrücken. Kannst du mal rein? Ne, warte. Ich muss eben noch Waffe machen. Ja, wenn schon mal Kartoschen. Was ist denn? Kartoschkis. Wie in so ein halbes Stack auf jeden Fall. Ach so, jetzt folgt das für mich auch die ganze Zeit. Ja. Ich wollte es ja nicht haben. Mach ich und meine Pommes-Maschine ganz gut. Bleib sitzen. Warum ist da immer so viel drinne? Eine Kartoschka? Passt da nicht. Ne, bei dem linken... Ja, manchmal brauchen die Dinger auch nur irgendwie... ...ein Knochenmehl oder so. Oder gar kein... Ich hab jetzt in der 1, 2, 3... Ich hab schon immer die ganzen Kartoffeln irgendwo abgelegt. Ja, ich hab jetzt hier... 2 Stacks und 41. Reicht wohl. Ja, aber ich hab ja gebraten halt. Was meine ich damit? Ja, ich tu mal hier paar Reservie vorne rein. Nehmen wir Tinker Tablets Contouch-Anlage. Und die anderen beiden Stacks hier verbrenne ich direkt. Hm. Ich hab irgendwas komisches Grünes eben hier langlaufen sehen. Ich guck hin und das ist weg. Nach dem Zombie wahrscheinlich. Achso, da ist keine... Da ist keine Kohle drin, okay. Da bist du. Hier, das Ding hier. Warte, warte, warte. Was denn? Hier, was hier steht. Wenn du Rest-Signal machst. Warte, warte, warte. Ich glaub wenn die alle in... ...einer Reihe sind oder so. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Will only put a wetssignal when a meteor adjusts about to crash. Was? Das? Strange, wenn die... To crash... Braucht man ein Wetssignal oder was? Ja, kann man dranhängen. Könntest du zum Beispiel einen Alarm dran setzen. Wir haben doch hier zum Beispiel einen Alarm hier mal. Das heißt, wenn jetzt... Hier steht ja crash. Äh... Ist to crash. Warte mal, warte, da steht ja so ein bisschen blöd. Ja, können wir ja... Warte mal. Kannst du den ja hier unter die Treppe machen. Kannst du dich an der Wand hängen sogar? Geht das nicht? Ne. Ja. Sieht komisch aus. Du Klaus... Wie gesagt, du musst mal gucken, welchen Modi wir auswählen. Dann machen wir Wetssignal dran. Dann machen wir einen Alarm dran. So meinst du? Ja, siehst du? Jetzt kommt drauf an, welchen Modi du hast. Ja, das ist egal. Ist egal. Wenn man so macht. Glock, 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 Glock. Da bringt ja nix. Nö. Oder muss man den in der Mitte sitzen? Und du hättest dann drum herum. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich hab das ja noch nie gehabt. Setz das mal in der Mitte. Ja. 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 Mehr hab ich nicht. Ich glaub aber nicht. Keine Ahnung. Sieht auch gut aus. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Meteor-Timer. Vielleicht seid ihr dir wirklich an Bender. Ja. Äh, musst du ja eigentlich dann. Oder vielleicht... Aber na gut. Würden wir sagen, beenden wir hier die ganzen Aufnahmen mit dem riesen Grigero. Ich will mal gucken, was eigentlich der letzte Stand war. Jo. Ahem. Zehnt. Hahaha. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber dann werden wir mal sagen, wir bedanken uns auch fürs Zugucken. Ja. Beim Bekloppen. Prelegt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.